Also wenn du so etwas mal wirklich schießt... Ja, jetzt hast du gerade die Aufnahme voll gestört. Ich wollte gerade sagen, und willkommen zurück. Und genau dann fängst du an zu reden. Ja, woher soll ich das wissen? Warum waren sie mich nicht vor? Weil ich dich überraschen wollte. Man kann nicht nur was rum. Aber ich glaube, nach dieser Aufnahme bin ich auch tot. Dann muss ich auch mal schlafen gehen. Ja. Hier kommt eine Glowstone rein. Ein Klostein. Ein Klostein. Und jetzt mal zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zap. Nein, nicht zwei. Glück. Diamanten. Nein, erst mal die Kohle. Ich komme hier nicht mehr vorbei, wenn ich die nicht abbauere. Zap. 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 Und in die andere Richtung nochmal. Boah, ich bin jetzt schon ultra müde, gell? Wir haben gerade mal eineinhalb Minuten gemacht. Ich würde am liebsten direkt fänden gehen. Bye, bye. Lässt die Aufnahme an? Spectate on und Aufnahmen anlassen, ja. So morgen früh um sechs schießt er irgendwie auf, weil du auf Klo musst. Immer noch Aufnahme an. Und ich immer noch am Rumgehen und am Narbe an. Ja. Ja. Hab zwar extra Energy hier stehen, Energy Drink, um wach zu bleiben, aber ich bin total müde. Ah, immer Failed. So. Zap, zap, zap. Hier kommt wieder Dingenshin. Reveal. Ne, Musik nicht. Ne. Weg. Andere Lied. Weg. 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 Ne. Weg. Oh, auch so komisch. Weg. 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 Die ganze Zeit Musik. Weg. Lass Musik halt aus. Mach du halt Musik. Ja, irgendwie nur dumme Musik gerade. Äh, eins, zwei, drei, vier, vier, ah, fünfte habe ich schon gesetzt. So. Zap, zap, zap. Es ist Nacht, gehst du pennen? Nein. Ich bin auf Marktplatz. Nein. Dann warte. Nicht, dass mir hier ein Creeper hochgeht und wir alles neu bauen müssen. Puh. Ganze Marktplatz weg. Hm. In einem Creeper. Ja. Ah, scheiß Lachs. Immer Blöcke doppelt setzen. Äh, runter. Ja, so. Das weg. Äh, ne, der bleibt eigentlich. Der weg. Der weg. Der weg. So, ähm. So. Und wenn du nachher mal wieder reinkommst, kannst du von den Kisten oben, da ist ja auch noch Creep drin, ein bisschen geht nicht mehr. Sortieren? Ja, so ein bisschen mal mit runternehmen. Ja, aber außerhalb der Aufnahme. Achso, ja. Das Lagersortierung und so, das muss man ja nicht zeigen. Das wird dann außerhalb der Aufnahme sein. Ah, cool. Drei haben wir schon. Und den vierten müssen wir jetzt noch machen. Äh, diese Ornamente auf dem Marktplatz sind ja vier Richtungen sozusagen, in die ich die Ornamente mache. Drei habe ich abgehakt. Jetzt nur noch die letzte. Äh, irgendwie falsch. Ah, bin falsch angefangen. Diese Reihe. So, eins, zwei, drei, vier. Dann ist hier fünf. Drei Stacks. Kohle, also. Ohr. Kohle, ohr. Warte mal, wie viel wurde. Ah, guck mal in meiner Chest. Ne, den baue ich mich auch noch ab. Das kannst du irgendwann mal machen. Okay. Ich werde nur welchen Diamanten dafür opfern, um die wieder zu reparieren. Ja, muss. Die Glückspitzhacke muss da bleiben. Ich bin froh, dass ich zwei habe, sonst würde ich die nicht hergeben. Ja. Ähm, ne, der muss ein Glauston sein, aber hier kommt noch weiter. Also wir haben jetzt eins, zwei, drei, vier, fast fünf, sechs. Ah, das habe ich. Ah, das ist meins. So, hier kommt Gravel rein. Weil wir haben nur fünf Diamanten. Äh, aber ich habe noch 16. Ja, hast du noch welche gefunden. Ich habe noch 16 in meiner Chest. Und wir haben auch noch 32 so, ne? Ähm, Chest Nova. Äh, falsch geklickt. Das ist aber nichts. Ich habe 16 Diamanten. Ja, aber ich dachte, du hättest noch Diamanten. Boah. Ne. Ne, die vier habe ich reingetan. Ich hatte nur vier. In die untere Rohstoffkiste. Zehn Stück. Ja. Das ist fünf. Da ist einer, das ist auch einer. Okay. Und tu ich fünf bei mir rein und fünf bei dir. Genau. Ich habe noch gar keine Diamanten. So, der Marktplatz ist verschönert. Ich komme jetzt mal rüber zu dir. Mach hier noch den hier. Tüpp, tüpp, tüpp. Natürlich eine zu viel. Und natürlich Flint. So. Ab ins Lager. Nicht wundern, dass einer von den 32 Diamanten fehlt. Den habe ich mir gerade geholt. Ach ja. Die Spitzerkrize reparieren. Die kommt dann oben bei, also unten. Bei Ausrüstung? Mhm. Genau. Da ist Hyperkite 3, Glück 2 und Effizienz 4 drauf. Ja, du, ähm, du hast noch Spitzhacke, ne? Ja. Ja, gut. Sogar zwei. Hä, wir haben eine extra Eierkiste? Ja. Oh, wir haben eine extra Eierkiste. Warum steht hier ein Zaun rum? Ah, hast du umgetragen? Was? Rübergetragen, weil hier waren Eier drin. Äh. Nö. Okay. Oh, da sind sie noch vier. Äh, falsch. Zap. So. Oh, wir haben genug Gravel, würde ich mal sagen. Aus vier Stück zwölf. Diamanten? Mhm. Ich nochmal sechs. Du nochmal sechs. Und was ist mit deinem 16? Das ist unfair. Die kommen allgemein. Die kommen allgemein. Oder wir teilen die halt auf. Wird aufgeteilt. Acht vor mir. Oder wir machen so, dass wir die... Oh, das ist vor Jürgen. Die 31 hier aufteilen. Ne, ich noch einen drauflege, weil es ja ungleichmäßig ist. Und, äh... Ich hab deine 16 schon verbraucht. Oh, okay. Und dann wollte ich sagen, dass 15 in die Allgemeinkiste kommen. So, was machen wir diese Aufnahme denn noch? Ich glaub, was Neues anfangen lohnt sich nicht wirklich. Und, äh, die Folge beenden lohnt sich aber auch noch nicht. Keine Ahnung. Wärst du jetzt nicht müde müde? Komm mal mit. Wir gucken uns mal den Marktplatz an. Gut. Wär ich nicht müde, würdest du? Sagen wir machen hier nach der Aufnahme noch eine Hangar-Geldesrunde. Ja, oder Adventure-Map oder mal gucken, aber, ne. Zucker-Puzzi. Ja, wir könnten den Marktplatz noch allgemein fertig machen, da fehlt dir noch ein bisschen was. Ja, bei den Hütten. Aber guck mal halt hier, diese Verzierung. Ja, ist... Ja, auch mit Glowstones hier ein bisschen Licht. Hä? Fliege mal um das von oben. Ja. Ja, das zeig ich jetzt auch mal kurz. Also fliegen werden wir nur machen, um uns Sachen anzugucken. Nicht um irgendwo hinzukommen, wo man normalerweise nicht hinkommt. So sieht Marktplatz halt von oben aus. Eigentlich richtig schön mit den Marktständen, mit den Verzierungen hier drauf. Hier in der Mitte, das wird noch ein Brunnen werden. Äh, das hier. Aber das kommt alles noch. Wir haben noch so viel vor. Äh, hast du Sachen dabei? Äh, nö. Ah, wir wollten auffüllen. Ja, wir waren am Erde auffüllen. Ja gut, dann lass uns das noch die letzten paar Minuten weitermachen. Ja, muss ich sagen. Ich bin schon am Rennen. Ich bin mir am Erde holen. Ja, ich auch. 42. Nix. Nix. Ab runter. Also schon ein paar Sex. Ach ja, ich hol mir auch mal ein paar Sex. Ein paar Fieler. War so, 12 oder so. So. Äh, davon nehmen wir noch ein bisschen mit. Genau so. Äh, um die Ecke. Genau. Und ab Erde auffüllen. Ja, hier geht es eine Stufe hoch. Hä? Hä? Ja, äh, ist gerade so am rumschlacken, dass immer eins noch oben drauf kommt. Was ich mir auch noch da, ey. Vielleicht muss ich hier eins höher. Ja, egal. Scheiß Schwein, piste ich. Vier. So. Ah. Aber. Ich runterfallen. Oh. Ich hab'n Schwein gekillt. Ich hör'n. Und dann, du hör'n. Äh, zap zap. Genau. Ah, eine zu hoch. Nochmal eine zu hoch. Zap 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 zap. Was kann ich Großartiges hierbei sagen? Zap zap. Ah, ne, du könntest, äh, wenn du dazu jetzt überhaupt noch einen Kopf hast, wolltest du dich eigentlich schon in der letzten Folge nochmal drauf hinweisen, fragen. Ja. Was glaubst du, wird am 21.12.2012 passieren? Also, mein Vater hatte eine gute Theorie dazu. Und er hat auch gesagt, es wird vielleicht nicht der Untergang der Welt sein. Aber halt eine großlegende Änderung. Vielleicht in der Technik, vielleicht in der Wirtschaft, irgendwie sowas. Was die Welt wirklich vom Leben her, sag' ich mal, äh, ein wenig verändert. Ich muss halt nicht der Weltuntergang an sich sein. Einfach nur so, wo wir Menschen uns denken, oh mein, äh, oh mein Gott. Für mich geht eine Welt unter. Hm. Einfach nur so, äh, riesige Änderungen. Ah, schon wieder ein... Weißt du, ich mach hier die ganze Zeit Erdblöcke weg, die falsch gesetzt sind. Hm. Und dann im Endeffekt trotzdem wieder ein zu viel gesetzt. Oh, Schwein, halt dein Maul, geh mich nicht nerven. Guck mal, wie das da rumdanzt. Das rennt die ganze Zeit im Kreis. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist fertig. Nein, ich hab was angeguckt. Wieder runtergefallen. Au. Ab nach oben. Ab über deine Fails. Und wieder runterfallen. Was für Fails? Hä? Nein! Oh, ich wär fast wieder runterfallen. So. Na, halt mal zu viel setzen. Ah, schon wieder. Hm. Ah, schon wieder. Ah. 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 Endlich mal nicht. Und dann falsch setzen. Genau. Ist schon langsam dunkel. Oh ja, soll ich zum Bett rennen? Weiß ich nicht. Ich renn zum Bett. Ja, mach das. La, 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 la. Schwert gezückt. Und ab zum Häuschen. Zu unserem kleinen schnuckeligen Heim. Schnuckeligen. Schnuckeligem Heim. Hm. Schön ins warme Bettchen kuscheln, während er so draußen schuften muss. Schuften. Ich bekomme mein Geld dafür. Du bekommst deine Diamanten dafür. Ja. Zap. Schlafen gehen. Rundruf. YouTube.com slash Messias Let's Play. Hm, was? Rundruf. Ja, genau diese. Diese? Hm. Nicht diese. Nee, diese nicht. Hm. Aber das ist meine. Ja, das ist Astus Kanal. Astus macht halt Rap Musik mäßig. Mit mir zusammen auch. Und das ist halt seine Rap Kanal, wo er halt seine Videos hochlädt, Rap mäßig. Und ich sehe gerade auf der Uhr, wir haben die 15 Minuten erreicht. Wow. Ein eigenes Schnell. Ja, also das Loch füllen wir in der nächsten Folge oder gucken mal, vielleicht bauen wir an was anderem rum. Und dann heißt es halt wieder mal bis im nächsten, äh, äh, Part. Ciao. Ich bin eingebaut. Ciao. Ciao.